Wir haben schon einiges überstanden. Wir haben es überlebt, weil wir uns hatten. Haben uns. Au. Ich bin froh, dass du ganz bist. Oh Gott, geh runter. Tut mir leid, entschuldige. Entschuldige. Oh gut, ich hab dich lieb. Ich dich auch. Sie haben Steve gefunden. So eine verdammte Scheiße. Wir haben ein paar Fragen. Weswegen? Steves Tod. Die Unfallflucht. Ich hab das Gefühl, dass alles zusammenhängt. Wirklich? Er hatte viel mit komischen Gestalten zu tun. Dann waren es wohl die Griechen. Wenn es die Griechen waren, bin ich vielleicht die nächste. Judy? Was? Wir sind die scheiß Griechen. Ach, wirklich? Ich weiß, dass Steve tot ist und du nach schlechtem Gewissen aussiehst. Was? Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Der FBI-Mann, der jetzt zuständig ist, Moranis, ist gut. Es ist zu spät. Es ist nicht zu spät. Es gibt immer einen Ausweg. Erinnerst du dich an die Aufnahmen, die ich löschen sollte? Ja. Habe ich echt gelöscht. Aufnahmen löschen? Was hast du getan? War jemand ein kaltgültiger Maul? Der war gut, Scheiße. Judy, ich lass dich nie im Stich. Weg! Dann kämpfen wir. So wie immer. Denn wir sind brutale Miststücke. Wir sollten Outlaw-Namen haben. Sollten wir? Ich sollte Judy Five Fingers heißen. Ah, Scheiße. Ich bin Bitch Cassidy. Das ist der Hammer. Mal geht's gegen dich nicht. Man geht's gegen den várias� takes. Und dass das nicht weil dieぉ von uns geprägt ist. Dust zuschließend bist Rude. !!!